Was machst du? Hey, kein Geber. Was geht ab? Wir zacken wieder. Gleich steigst du gerade Bildschirm zu Ende. Wir zacken wieder das 2, Cisco. Mit Nemo. Mal wieder das 2, weil wir das schon so oft getan haben. Ich glaub, sie meint Gemini, aber hey. Alles dasselbe. Pack. Wir machen heute. Sag uns Nemo, was wir heute machen. Wir haben Orten heute ein bisschen rum, hab ich gehört. Ja, sobald wir denn eine kriegen. 15 Kills, wie man da an der Seite schön sehen kann. Und, ganz furchtbar, wenn man sie nicht kaufen kann, dann werden wir wieder ablosen. Ja. Höchstwahrscheinlich. Vor allem, weil die Gegner dann die Orbs haben und auf Erlang stehen und uns zerlegen. Fisten? Ja, wie du's nennen möchtest. Ach ja, ich bin übrigens krank, Leute. Aber egal. Ich bin eiskalt und ich nehm trotzdem auf. Oh, das war ne Ansage. Ich bin schon wieder gut dabei. Oh, da auch. Gut, haben wir geregelt. Easy. Ja, du hast auch einen erwischt. Nice. Haha. Like a pro, muss ich sagen. Und, äh, Nemo wollte uns auf jeden Fall von seinem, äh, Downrank erzählen. Wollte ich gerade tatsächlich tun, aber danke, dass du es mir vorweg kreifst. Mitteilungsbedürftig. Yeah, ich bin gedownranked. Es ist jetzt auch bei Silber 1, bei mir. Ich kann jetzt vielleicht sogar wieder mit Julia spielen. Nice. Ja, wir können wieder gemeinsam sterben. Auf jeden Fall. Ah, come on. SSG-Party läuft ab. Wir haben noch geübt. Show us what you got. Show us what you got. Komm, die sind low. Sind low-bots. Low-bots. Lol. Habe ich den echt? Okay. Nein. Ah, fuck you. I don't know. Und an den Skills kann man dann bestimmt noch mal feilen. Ja. Verzeih mir. Wollte halt warten und... Yeah. Danke, danke. Wir sind auf jeden Fall schon weiter. Nehme jetzt hier eine geile... Gott. Geile ist... Eine geile ist es... Nicht wahr. Great. Was, wo? Nirgendwo. Halt doch im Pit. Scheiße. Was habe ich mit der... Na, fuck it. Komm, das war schon in... Das war in den Head. Ich habe ein Headdy gemacht. Was soll denn das? Jetzt bist du dran. Lass mir welche über. Neh. War kein Headdy, aber okay. Hast du gerade vier Leute fertig gemacht? Ich weiß es nicht. Passiert. Ich kann nicht zählen. Hatten die jetzt schon Ops? War das doof, dass wir die da... Nein, hätten die Ops gehabt, wären wir tot. Wir haben uns doch getroffen, ein bisschen. Das ist eine Op. Was ist das auch eine Op? Nein, das sehen... Nein. Na, jetzt haben sie, glaube ich, irgendwas Böses. Shit, ich hänge. Bitte, carry ons. Oh, fuck my life. Aber wirklich. Pass auf, der ist nah. Oh. Thank you. Ich habe auch früher ganz hart geschnitten und so, dass man nicht so sieht. Ich habe das gemacht, dass man nicht so sieht, wie scheiße ich bin. Aber irgendwann dachte ich mir, komm, Leute, der Pimmel, der Pimmel muss raus. Irgendwann kam dann Nemo mit Dead Space 3 und der Folge im Weltall da in dem Trümmer-Level. Dann ging es nicht mehr mit Schneiden, dass es gut aussieht. Irgendwann muss die Wahrheit halt ans Tageslicht. Ich habe den Kram keins Bonus. Machen die. Die twerken. Warum nehme ich nicht die? Twerk, 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 twerk. Du bist auch mein Mensch. Oh Gott, und auch nicht. Ich musste extra weg. Mein Gesicht wird rot. Lang. Hatschert, jetzt bist du dran. Ach, die sind auch auf kurz. Hä, wo sind sie? Ach, da sind sie. Ja, gut. Come, bitch. War das da oben drauf, ja, ne? Ja. Das ist ein Treppchen. Der Rest noch im Pit. Einen Penis sind sie noch. Hä? Sind sie erschienen? Oh, ich muss nachladen. Hey, ich habe voll seinen Kopf getroffen. Videobeweis. Ab, 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 ab. Das wird gut laufen. Ich habe eine Arp. Willst du eine Autosniper nehmen? Da liegt eine Autosniper. Ja. Ja, wo? Da hinten mit auf dem Haufen. Ja, super. Jetzt kommen schon die neuen. Sind sie da? Nein. Ne, sie sind hier. I don't know. Oh, scheiße. I'm sorry. Was hast du getan? Ich habe dich geflasht, glaube ich. Oh, ich bin trotzdem hier. Ach nein, hier. Mein Placement war auch kacke, Mann. Und jetzt schaffst du links. Danke. Ich glaube, ich hätte den übersehen. Wo ist mein Autosniper? Ah, hier sind Orbs. Was ist unser Purpose hier zu sein? Die Orbs. Ich habe, ich habe. Okay. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Orbs. Das ist unfassbar. Der hat mich durch den Karton getroffen. Da ist auch eine gute Ansage. Was? Was? Unfassbar. Du musst schon wieder carry. Ich muss erst mal nachladen. Oh, fuck, man! Warum hat der einen Autosniper? Warum gar nicht der? Sorry, ich muss mich besser positionieren. Scheiße! So close! So close! Danke. Das sah gut aus. Ah, toll. Ich hebe eine SSG auf innen. Wait! So. Jesus Christ. Wir müssen auch spannend machen. Ja, super, jetzt kommt aber die Orb, ne? Und jetzt sterben wir gleich. Scheiße, die werden uns gleich vernichten. Schaut, kommt einer. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Hey! Ich kann das doch noch carryen. Einer ist runter gesprungen. Am besten. Nice. Am besten zielst du einmal raus. Das hilft. Nein! Nein! So meines nicht, aber okay. Bitches. Ja, nice. Nice. Nein! Nice. Jetzt fall ich... Boom! Bitch! Get out the way! Ich bin fast weg. Ich bin fast weg. Ich bin fast weg. Jetzt bitte nicht sterben. Jupp! Der dritte. Der dritte. Bitte. Links. Auch. Ah! Nice. Nein! 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 Ich bin fast weg. Der dritte. Die flach ist weit weg. Die Flach ist weit weg. Das ist jetzt entlang. tötest mit der richtigen waffe es hat sich bewährt wie war das mit der ort bringt das nichts ich glaube das hast du festgestellt da habe ich auch gesagt okay du nimmst ja hab ich frage sie an und du sieh das macht bei europa jetzt nicht so viel sind danke da waren keine opz manchmal weiß ich auch was lang ja und die haben ob es also mein timel ist lang und die facken ist du mich und tut ja kann ich nase putz obis dauer obi nein der hat voll auf mich gezielter setz ja geil ist wieder gut 30er und 160er ping aber jetzt nicht wir haben ping doch alle beide was ist los wir brauchen zu lang und sie wollen uns freundlich vom server begleiten die morder dann auch lang ja du darfst carry schaffst du die ja ja diesmal ausnahmsweise 3g 3g es geht kommen sich auf kurz habe ich hatte ich auch danke er hat mir gehört und haben sie noch leute jetzt haben wir das bugger die zock ohne ping ohne schwingen aber mit viel dinge das bin ich sorry die haben dahin geguckt ist ein gutes manöver einer weg was auch flasht dahin wie der autosniper hinten abgeht mach ihn oh mein gott wir haben es echt geschafft short komm du den anderen yes yes inhuman erections ja auch die falsche case es gibt ja mittlerweile koma 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 danke fürs zuschauen leute heute habt ihr wieder was gelernt und zwar wieder mal nichts sorry vielleicht bei der nächsten mal nein gelernt habt ihr dass man auf das zwei okay time to go bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.